So, genau, jetzt erkennt ihr den Becher. Jetzt können wir auch die Stauselteile mit der Paukane. Das wäre so eine Idee. Das Problem sieht, das sieht man jetzt auch nochmal schön. Dass der Pasta einfach zu ungenau ist. Der springt immer in drei Zentimeter Abstränden hin und her. Und das ist zum Messen der Vögel jetzt nicht wirklich ideal.